So linke meine Hände und führe mich, bis an mein seelich Ende und ewiglich. Zukünftige Soldatenmütter müssen lernen, Schicksalsschläge ohne Beleidigkeit zu ertragen. Los, eins, zwei, 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 eins, zwei. Also du bist mein Hardis. Du, warum kratzt du die Butter ab? Das ist alles wegen der Zucht und Ordnung. Lehren wird man nur, wenn man keinen Mann kriegt. Jeden Abend vor dem Einschlafen sagst du zu dir selbst, ich werde hier sehr glücklich sein. Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht... Bist du sicher? Johanna! Bist du wahnsinnig worden? Ich liebe sie. Ich liebe sie! Das ist ein Skandal! Das ist ein Skandal! Das ist ein Skandal! Das ist ein Skandal! Ich mag allein nicht gehen, nicht keinen Schritt. Wo du gehst, geh und stehe, dann nehm ich mit. Das ist ein Skandal! Untertitelung des ZDF, 2020